Musik Grüßt euch Freunde und willkommen zu dieser Sondersendung der Worst News. Es ist der dritte Tag der Intergalactic Aerospace Expo 2951 und Aegis Dynamics hat die Tore seiner Ausstellung geöffnet. Und es gibt natürlich neue Angebote und die schauen wir uns auf der Ares Eye Seite mal genauer an. So, ihr könnt wie immer zu jeder Ausstellung, hier seht ihr einmal ein schönes Bild von der Ausstellung, dann könnt ihr hier oben einmal die Tage zurückswitchen, ihr könnt auch nochmal hier zu den ersten beiden Tagen gehen, wo Robert Space Industries Origin, Constituent Outlands und Argo Astronautics ausgestellt hat und ihr könnt natürlich selbstverständlich euch noch die ganzen Schiffe und ganzen Sachen angucken und ihr könnt auch noch darauf plätschen. Das wird wahrscheinlich auch die ganze Woche so gehen. Das ist nicht so, dass jetzt mit der neuen Ausstellung, die dann weg sind, das wird sich jetzt immer weiter auffächern, aber weiter kann man dann hier jetzt noch nicht gehen. Da muss man dann schon bis zu den Tagen warten. Aber heute ist wie gesagt Aegis Dynamics am Start und wir gucken uns mal an, was wir uns denn jetzt hier wunderschönes besorgen können. Hier haben wir nur einen Reiter, Aegis Dynamics, hier kommt sie, die dicke Warden und ballert. So, und dann gucken wir uns das mal an. Dann könnt ihr einmal hier oben auf jeden Fall upgraden auf die Aegis Gladius, bekommt auch eine 10 Jahre Versicherung, also 120 Monate Versicherung. 10 Jahre ist eigentlich fast wie Lifetime Insurance, also das ist eigentlich total super. Dann habt ihr natürlich hier unten die ganzen Flight-Ready-Schiffe. Einmal die Aegis Avenger Titan als Standardmodell für 59,56 Euro. Dann die Stalker, die mit den Gefängniszellen hinten drin für ein bisschen mehr. Und dann habt ihr noch die Titan Renegade. Das ist ein Schiff, was immer zu besonderen Anlässen erst in den Verkauf geht. Das bekommt ihr so nicht wirklich, äh, also ich weiß jetzt nicht, ob es in-game zu kaufen geht. Ich glaube nicht, aber genau kann ich es auch nicht sagen. Aber wenn ihr das haben möchtet, dann solltet ihr zu solchen Events dann zuschlagen. Kostet halt ein bisschen mehr, aber ist halt auch wirklich sehr, sehr schick. Dann geht es noch weiter. Dann gibt es hier natürlich noch die Warlock. Das ist das Schiff mit einem fetten EMP-Generator hinten drin. Wenn euch das interessiert, dann haben wir hier die normale Gladius, die Gladius Valiant, also die Sonderedition mit einem etwas anderen Loadout. Dann haben wir die Aegis Saber, da warten auch sehr, sehr, sehr viele drauf. Dann die Saber Comet, ne, auch ein Modell der Master of Flight Serie, ne, auch eigentlich gleiches Schiff, andere Lackierungen, etwas anderes Loadout. Und natürlich die Vanguard-Varianten, einmal die Hopelight, die Warden, die Sentinel und die Habinger sind jetzt wieder im Angebot. Und dann haben wir noch die Retaliator, den Retaliator-Bomber, die Eklipse, ebenfalls ein Bomber. Und die dicke Hammerhead, ne, ein Multicrew-Schiff, was mit der Überarbeitung der Torrets jetzt schon wirklich sehr, sehr gut funktioniert und echt sehr viel Spaß macht, ne. Auch mit der Undock-Mechanik ist ja jetzt mit der 3.13 reingekommen und, beziehungsweise mit der 3.13.1 ist es rangekommen und macht auch richtig viel Spaß. So, und das ist aber noch nicht alles. Es gibt auch noch Future-Flyable-Ships. Ne, hier haben wir auch nochmal die Retaliator, dann die Vulcan, ein Medium-Repair-and-Refuel-Schiff, ist ungefähr so groß, ja, wie die Freelancer, ne, so ein bisschen breiter, ein bisschen bulliger. Dann haben wir die Redeemer, die haben wir uns ja auf der Messe auch schon angesehen, ist überarbeitet worden, wird auf jeden Fall auch reinkommen. Ein unheimliches Liebhaberschiff, ne, und die Nautilus natürlich noch, der Minenleger. War eigentlich auch schon als Flight-Ready angekündigt, kam aber nie rein. Und ich glaube, es gab auch nie ein Statement dazu, warum nicht. Ich kann es mir einfach nur erklären, dass es einfach, ja, einfach nicht gebraucht wird. Ne, es kann halt Minen legen, aber wenn es danach geht, was gebraucht wird, dann, äh, ja, wisst ihr selbst, ne. So, und dann haben wir noch gewisse Share-Man-Offers. Also Angebote, die zum Beispiel Leute bekommen, die schon 1000 Dollar in das Spiel investiert haben. Die sind, äh, diese, diese Share-Mans, die können sich hier jetzt, äh, bedienen bei den Idrissen. Da gibt es einmal die Warbound-Version der Idris P. Das, äh, müsst ihr dann mit, äh, Live-Geld bezahlen. Ist aber schon ausverkauft, sehe ich gerade, ne. Ist ja immer in Wellen freigeschaltet. Müsst ihr mal reingucken, was die, äh, wie die Wellen freigeschaltet sind. Ich meine, es ist immer so zum Ausstellungstag. Also heute wurde die erste Welle um 18 Uhr geöffnet. Die zweite ist dann jetzt, äh, in 8 Stunden später um 2 Uhr nachts. Wenn ihr euch dafür interessiert, müsst ihr halt so lange aufbleiben. Dann wird die zweite Welle freigeschaltet. Und die nächste Welle ist dann um 10 Uhr morgen früh, ne. Also wenn ihr die Schiffe haben wollt, müsst ihr da wirklich schnell sein. Sonst sind die Dinge ausverkauft, seht ihr ja selber, ne. Alles weg. So, hier das Aftermarket-Kit ist noch da. Obwohl, ne, ist auch ausverkauft. Alles ausverkauft, Leute. Verrückt. Guck ich das an. Ja, ne, die, äh, das ist noch offen. Da ist wahrscheinlich alles drin. Gucken wir auch gleich nochmal rein. Na, auf jeden Fall, hier haben wir die Idris P. Einmal als Warbound und einmal hier könnt ihr auch mit Store-Credits bezahlen. Ihr werdet aber auf jeden Fall, wir gehen mal kurz rein, da eine Lifetime-Insurance draufkommt. Denn alles, was über 1000 Euro oder 1000 Dollar besser geht, das hat automatische Lifetime-Insurance drin. Egal, ob ihr da mit Store-Credits oder nicht bezahlt. Aber die Store-Credits-Dinger sind eigentlich fast immer noch schneller ausverkauft, als die, die mit Echtgeld bezahlt werden müssen. Das gleiche gilt natürlich für die Javelin. Auch ein Schiff, was eher, na, zu besonderen Anlässen und auch nur in gewisser limitierter Zahl verkauft wird. Ebenfalls hat auf jeden Fall auch eine Lifetime-Insurance. Das ist das Aftermarket-Kit der Idris. Äh, Quatsch, doch, der Idris. Obwohl ich gar nicht genau weiß, was das machen soll. Ich guck mal ganz kurz rein. Äh, da, da, da. Include the Package, Hurston Dynamics, Laserbeam, babababa. So wie das aussieht, ist das nur einem, ein Kit für eine andere Ausstattung. Aber das dürfte eigentlich nicht, da könnt ihr mich aber korrigieren, wenn ihr das wisst. Es dürfte eigentlich nicht das Loadout der M sein, weil die Idris M ist eigentlich nur dem Militär vorbehalten. Bei der Kraken zum Beispiel, da gibt's auch ein Aftermarket-Kit. Da könnt ihr halt zwischen der normalen Kraken und der Private-Tier hin und her switchen, wenn ihr dieses Market-Kit habt. Oder beziehungsweise mit einem Market-Kit könnt ihr dann einmal tauschen. Aber eigentlich bei der Idris P, na, weiß ich nicht so genau. Müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben. So, und dann haben wir hier noch dicke Packages, ne, das Aegis Dynamics Komplett-Pack für fast 10.000. Hohoho, Wahnsinn. So, was haben wir da drin? Die Javelin, die Idris, ja gut, da ist natürlich auch ordentlich was drinne. Ne, alles, was Aegis Dynamics jemals gebaut hat, ist hier mit drinne. Ne, ihr bekommt noch einen Hangar, dann eine Reclaimer, eine Namensreservierung ist noch dabei und eine Hammerhead-Namensreservierung. Gut, ist jetzt eigentlich Quatsch, dass das da extra aufgezählt wird, denn normalerweise sollte die Namensgebung da sowieso mit bei sein, ne, also, aber ist egal. Ne, hier habt ihr auf jeden Fall alles zusammen. Das müsst ihr wieder mit frischem Geld bezahlen. Das könnt ihr dann mit Store-Kadets bezahlen. Also, wenn ihr eh schon so eine Summe habt, dann könnt ihr da ordentlich einschmelzen. Und das habt ihr auf jeden Fall, denn Sherman, ne, 1.000, ähm, obwohl, ja gut, ne, muss nicht sein. So, und dann gibt's noch Farben, Leute. Farben gibt es dieses Jahr zu dieser Ausstellung für die Gladius. Einmal hier diesen bunten, nein, das ist natürlich gar nicht. Quatsch, das ist das Package. Und dann gibt's diese blaue Lackierung, das ist die spezielle Invictus Blue & Gold Lackierung. Dann gibt es den Timberline-Paint, der sieht auch, ja, eigentlich aus wie das Original. Gut, müssen wir uns nochmal angucken, wie es dann aussieht. Und wir haben den Frostbite-Paint, der so ein bisschen, ja, weiß-tarnmäßig ist. Und das Ganze gibt's dann auch dieses Jahr für die Vengard-Reihe. Auch sehr, sehr cool. Die gleichen Paints, auch hier für die Vengard-Reihe. Dann gibt's wieder das Ingame-Shirt von Aegis Dynamic und auch wieder das Package. Aber das ist nichts Besonderes. Das gibt's die ganze Zeit. Das haben wir uns auch schon angeguckt. Das ist der Shop. Da gibt's so ein bisschen echten Merch. Da könnt ihr euch das mal angucken. Gibt ganz schöne Sachen. Auch die Jacke, ne, ist ganz witzig. Das RSI-Shirt ist auch ganz cool. Schaut mal rein. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und, äh, das war's. Mehr gibt's heute nicht zu melden. Ähm, wir schauen uns natürlich weiter an, was passiert. Wenn es irgendwelche neuen Schiffe sind, die reinkommen als Konzept oder auch Flight-Ready, dann werde ich euch das natürlich sofort in den News hier mitteilen. Und sonst, wenn irgendwas passiert, dann bin ich auch an Ort und Stelle, Freunde. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Abend, Morgen. Egal, wann ihr das guckt, habt es auf jeden Fall einen wunderschönen. Und, äh, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Macht es gut. Tschüss.